Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf. Die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Mobilitätsfördergesetz Berichterstatter ist Abg. Caspar, Drucksache 19-6397 zu 19-6071. Die vereinbarte Redezeit beträgt nachher zehn Minuten. Ich bitte den Kollegen Caspar um Berichterstattung. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN bei Enthaltung von SPD, LINKEN und FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-6380 in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar, für die Berichterstattung. Die erste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Müller, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Heute ist wieder einmal ein guter Tag für die Kommunen. Ich hoffe, Sie sehen das auch so, denn mit dem vorgelegten Gesetzentwurf, den wir heute in zweiter Lesung verabschieden werden, bekommen die Kommunen Planungssicherheit, für den kommunalen Straßenbau, für den Radwegebau und auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Ich finde, das ist ein guter Tag, denn wir tun mit diesem Gesetzentwurf auch gleichzeitig etwas für den Klimaschutz, da wir Maßnahmen fordern, die zur Emissionsminderung beitragen. Das ist also ein guter Tag für die Kommunen und für das Klima, und ich hoffe, bald auch wieder hier im Saal für das Klima. Die Anhörung hat ein sehr positives Ergebnis ergeben. Es gab drei wesentliche Änderungsvorschläge. Das eine war die Forderung nach mehr Geld, das andere war die Technologieoffenheit, und das dritte habe ich jetzt vergessen. Die Frage nach der Technologieoffenheit haben wir aufgegriffen. Der Minister hat es zwar im Ausschuss erklärt, dass mit elektrisch geförderten Antrieben nicht nur die Elektromobilität rein Batteriebetrieben gemeint ist, sondern auch die Brennstoffzelle. Aber das haben wir jetzt noch einmal klargestellt mit unserem Änderungsantrag. Somit sind alle jetzt noch ein Stück weit zufriedener. Die zweite Forderung nach mehr Mitteln hat auch die SPD erhoben. Sie forderte 200 Millionen €. Das hat der Kollege Wagner in seiner Aufzählung ganz vergessen. Aber ich wollte es jetzt noch einmal hinzufügen, dass die SPD 200 Millionen € gefordert hat. Wir haben 100 Millionen € im Gesetzentwurf drinstehen. Die Einzuhörenden haben 150 Millionen € gefordert. Darüber, denke ich, werden wir in den zukünftigen Haushaltsberatungen reden. Jetzt bleibt es auch erst einmal abzuwarten, ob der Bund seiner Verantwortung nachkommt und die Mittel des Bundes-GVfG deutlich erhöht und auch bereits Maßnahmen ab 20 Millionen € gefordert. Alles, was man bisher über den Verkehrshaushalt hört, lässt wenig hoffen. Aber ich habe gehört, es gibt Verhandlungen. Da setze ich auf die SPD zusammen mit der CDU, dass sie kräftig bei dem Finanzminister dafür werben, dass die Bundesmittel auch hochgesetzt werden und dass Maßnahmen ab 20 Millionen € gefördert werden. Heute machen wir aber erst einmal unsere eigenen Hausaufgaben und beschließen den sehr guten Gesetzentwurf, der Ihnen vorliegt. Gleichzeitig können die Kommunen mit dem Fördermittel einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die aktuelle Debatte zum Thema Stickoxid und Feinschalk zeigt, wie wichtig gerade diese Maßnahmen auf kommunaler Ebene sind, um dort auch die Luft zu verbessern. Wir haben einen ähnlichen Gesetzentwurf bereits 2011 eingebracht. Wir wollten damit Rechtssicherheit für die Zweckbindung der Mittel schaffen, die noch bis 2019 laufen. Damals gab es einen Kabinettsbeschluss. Uns wäre der Gesetzentwurf lieber gewesen. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber nicht, weil die Landesregierung so lange gebraucht hat, um diesen Gesetzentwurf zu schreiben, sondern weil es auf Bundesebene die Verhandlungen über die Bund-Länder-Finanzen gab und damit erst einmal verhandelt werden musste, wie es mit den sogenannten Entflechtungsmitteln weitergeht. Die sollten komplett wegfallen. Das tun Sie auch. Aber dadurch werden die Gelder aus der Umsatzsteuer mit 500 Millionen € kompensiert. Davon binden wir 100 Millionen € für den kommunalen Straßenbau, für den ÖPNV und für die Radwege. Ich finde, das ist ein gutes Signal. Die Summe ist mit 100 Millionen € festgelegt. Es sind immerhin 3,5 Millionen € mehr als bisher. Bisher waren es 96,5 Millionen €. Das sind eigene Landesmittel. Auch wenn Frau Wissler heute Geburtstag hat, nehme ich Ihre Argumentation schon einmal vorweg. Sie sagen immer gerne, es sind keine Landesmittel. Es sind sehr wohl Landesmittel. Mit den 500 Millionen € ist jedes Land frei, zu tun, was es will. Ob es weiter in den kommunalen Straßenbau, ÖPNV, Radwege, Wohnungsbau, Hochschulen investiert, oder ob es das Geld für gebührenfreie Kindertagesstätten ausgibt, was auch immer. Das ist dem Land freigestellt. Von daher sind es eigene Landesmittel. Deswegen dürfen wir selbstständig die Kriterien festlegen, was wir fordern. Das Land Brandenburg, um das noch einmal ein bisschen zu unterfüttern, hat die SPD-Verkehrsministerin erklärt, dass die Entflechtungsmittel ab dem Jahr 2019 mit Landesmitteln kompensiert werden. Das ist bisher leider ohne gesetzliche Bindung. Aber sie redet explizit von Landesmitteln. Das ist also noch ein Beleg dafür, dass wir Landesmittel in die Hand nehmen, und nicht Geld, das wir sowieso für diese Zwecke bekommen hätten. Das zeigt, die Landesregierung steht auf der Seite der Kommunen und gewährleistet die Planungssicherheit für die Maßnahmen im ÖPNV, im kommunalen Straßenbau und im Radwegebau. Zusätzlich gibt es auch keine Befristung des Gesetzes. Die Landesregierung berichtet aber nach sieben Jahren über die Maßnahmen. Das schafft noch einmal zusätzlich Planungssicherheit für größere Vorhaben, die über mehrere Jahre hinweg geplant werden können und eine längere Laufzeit haben. Eine Befristung würde ansonsten auch den Sinn und Zweck des Gesetzes zuwiderlaufen, nämlich die nachhaltige Mobilitätsentwicklung in den Gemeinden zu fördern. Wir legen mit dem Gesetz fest, was wir schon im Koalitionsvertrag festgelegt und bis jetzt praktiziert haben, dass die Aufteilung der Mittel zwischen ÖPNV und kommunalen Straßenbau weiterhin bei 50-50 liegt. Auch da gab es in der Anhörung unterschiedliche Perspektiven und Meinungen. Die einen wollten 30 % für den ÖPNV und 70 % für den Straßenbau. Die anderen wollten 70 % für den ÖPNV und 30 % für den Straßenbau. Nein, nein, nein. Von daher denke ich, dass 50-50 ist eine gute Entscheidung und ein ordentlicher Kompromiss. Ich habe schon gesagt, da es eigene Landesmittel sind, konnte der Förderkatalog auch maßgeblich erweitert werden. Die bisherigen Maßnahmen bleiben natürlich auch weiterhin förderfähig. Aber jetzt kann z. B. die grundhafte Erneuung von Schienenstrecken zukünftig gefördert werden. Das war den Kommunen sehr wichtig. Genauso wie der Bau und Ausbau von nicht bundeseigenen Schienenstrecken. Die Beschaffung von Fahrzeugen und Elektrobussen kann gefördert werden. Die Anschaffung von effizient steigerten oder emissionsminderten Antrieben bei Schienenpersonen und Verkehrsfahrzeugen. Die Nachrüstung von Betriebshöfen und zentralen Werkstätten sowie Verleihsysteme von Fahrzeugen und Fahrrädern. Sie sehen also ein breiter Strauß an Maßnahmen, die das Klima in der Kommune besser machen werden. Das ist also aus unserer Sicht ein gelungener Gesetzentwurf. Wir freuen uns über eine breite Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf, damit die Kommunen dann auch sofort Planungssicherheit haben. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Das Wort hat der Kollege Frankenberger, SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es gibt wohl niemanden hier im Hause, der dieses Gesetz für überflüssig hält. Nein, dieses Gesetz ist überfällig. Frau Kollegin Müller, Sie haben gesagt, Sie haben sich aus bestimmten Gründen so lange gewartet. Warum war es denn da möglich, dass andere Bundesländer bereits ähnliche Gesetze verabschiedet haben, während wir hier am Ende des schwarz-grünen Stillstands in Hessen erst dieses Gesetz vorgelegt bekommen? – Nein, die Argumentation ist nicht stimmig. Hier stimmt der Grundsatz, am Ende scheinen die Frauen fleißig zu werden. Herr Kollege Frankenberger, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Wie sieht es aus? – Nein? – Auch gut, nichts. Weiter. Ich bin schon dankbar, dass schwarz-grün der parlamentarischen Debatte folgt und der parlamentarische Debatte nicht auswirkt. Da ist schon einmal viel gewonnen, wie wir am letzten Tagesordnungspunkt bemerkt haben. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz gibt Planungssicherheit auch über 2019 hinaus, und das können die Kommunen auch erwarten. Bei der Einbringung des Gesetzes hat der Minister gesagt, dass ab 2020 die Landesregierung – Frau Kollegin Müller, das sehe ich auch anders, meine Fraktion anders, das sieht auch Herr Lenders von der FDP-Fraktion anders – eigene Landesmittel zur Verfügung stellt und dies auch immer wieder von schwarz-grünen Vertretern bei Veranstaltungen behauptet wird, muss ich dies an dieser Stelle noch einmal klarstellen. Mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen fallen die sogenannten Entflechtungsmittel für die Bundesländer weg. Meine Damen und Herren, diesen Betrag will schwarz-grün gerade einmal um 3,5 Millionen € erhöhen. Aber als Kompensation für die wegfallenden Mittel erhalten alle Bundesländer einen höheren Anteil aus dem Umsatzsteueraufkommen. Es war also immer klar, dass die Bundesländer eigene Landesgesetze auf den Weg bringen, um die kommunale verkehrliche Infrastruktur zu fördern. Das ist also hier kein Almosen, das Sie den Kommunen zur Verfügung stellen, sondern das ist, wie in anderen Bundesländern auch, eine Selbstverständlichkeit. Sehen Sie uns nach, für Selbstverständlichkeiten feiern wir diese Landesregierung nicht ab. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Meine Damen und Herren, es gibt auch Stimmen im Land, die hätten dieser Landesregierung zugetraut, dass sie dieses Gesetz nicht eingebracht hätten. Die finanziellen Mittel nach diesem Gesetz kommen den Kommunen in Hessen zugute. Aber so wie die CDU seit 19 Jahren in Hessen mit den Kommunen umgeht, hat man der Landesregierung zugetraut, dieses Gesetz einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Das ist doch nach den Erfahrungen der letzten 19 Jahre dem Umgang mit den Kommunen nicht so abwegig, meine Damen und Herren. Denn auf Bundesebene erzählt man sich, bei den regierenden Schwarzen in Hessen schreiben die meisten Kommunen rote Zahlen. Die hessischen Kommunen belegen unter den Bundesländern bei der Verschuldung den dritten Platz unter allen. Ein Spitzenplatz, auf den man auf keinen Fall stolz sein kann. Unter sozialdemokratischer Verantwortung war das noch anders. Da belegten die Kommunen in Hessen noch den letzten Platz bei der Verschuldung. Das macht auch den Unterschied. Unter der CDU haben hessische Kommunen bei der Verschuldung einen Spitzenplatz. Unter Sozialdemokraten liegen die Kommunen bei der Verschuldung auf einem der hinteren Plätze, meine Damen und Herren. Das ist ja auch zu erklären, erinnern wir uns nur an die 344 Millionen €, die die CDU den hessischen Kommunen in den letzten Jahren weggenommen hat. Dieses Geld fehlt für Kindergärten, für Schulen, aber auch für die verkehrliche Infrastruktur und insbesondere auch für den ÖPNV. Meine Damen und Herren, ab 2004, in Zeiten absoluter Mehrheit der CDU in Hessen, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, gibt es in Hessen keine Fahrzeugförderung von Bussen und Bahnen mehr. Seit 2017 besteht wieder die Fördermöglichkeit für Busse, aber ausschließlich für Elektrobusse. Wenn dieses Gesetz angenommen wird, kommt noch die Brennstoffzelle dazu. Meine Damen und Herren, seit die CDU in Hessen regiert, hat sich bei den Kommunen in Hessen ein riesiger Sanierungsstau angehäuft. Darüber konnten wir in der heutigen HNA ein Beispiel aus Kassel lesen. Unter der Überschrift, jede fünfte Straße in Kassel ist kaputt, berichtete die HNA darüber, dass in der Kommune 21 % aller kommunalen Straßen sich in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand befinden. Es ist dann nicht so, dass in Kassel in den letzten Jahren nichts getan wurde. Seit 2012 wurden jährlich 21 Millionen € in die kommunalen Straßen gesteckt. Dafür wurden und mussten auch teils Anlieger zur Kasse gebeten werden. Meine Damen und Herren, wenn es nach Schwarz-Grün geht, dann werden die Anlieger in Kassel und in anderen Kommunen auch in den nächsten Jahren für die Planierung der Straßen bezahlen. Meine Damen und Herren, da gibt es zum Glück Alternativen. Wie in Kassel stehen viele Kommunen in Hessen vor der Entscheidung, dass man das Geld für Schulen, für Kindergärten, für Straßen, für den ÖPNV ausgibt. Sie müssen Prioritäten setzen. Wie bei den Landesstraßen findet auch auf kommunaler Ebene ein Werteverzehr von öffentlichem Eigentum statt, weil die Kommunen in Hessen im Gegensatz zu anderen Bundesländern von CDU-geführten Landesregierungen finanziell unzureichend ausgestattet werden. Meine Damen und Herren, in der Anhörung haben die Anzuhörer im Grundsatz die Einbringung dieses Gesetzes begrüßt. Kollege Müller, die Kritik lag bei den Finanzmitteln. Sie lag bei der Technologieförderung. Sie lag bei der Grunderneuerung. Das war der dritte Punkt, der angebracht worden ist. Meine Damen und Herren, das war aber nicht der übliche Reflex und die Forderung nach mehr Geld, wie das abschätzig über die Regierungsmehrheit von Schwarz-Grün versucht, hinzustellen. Ich kenne diese Reflexe mittlerweile. Ich bin ja auch Mitglied im KBA, und ich finde die Reflexe in beiden Ausschüssen ziemlich identisch. Im KBA präsentiert uns der Minister immer ein Feuerwerk an Zahlen, wie gut alles ist. Die Unterrichtsversorgung ist spitze, und vor Ort, in den Schulen, von den Eltern, von den Betroffenen wird das alles ganz anders wahrgenommen. Meine Damen und Herren, nicht von der Opposition, sondern von den Betroffenen. Ähnlich ist das im WVA. Da bringt der Minister ein Feuerwerk von Maßnahmen und Zahlen ab. Wenn wir uns dann vor Ort umschauen, wird das alles ganz anders beurteilt. So ist die Realität in Hessen. Der Deutsche Städtetag geht davon aus, dass allein für die Instandhaltung von kommunalen Verkehrswegen und ÖPNV 3 Milliarden € fehlen. In der Diskussion um die Erhöhung der Regionalisierungsmittel wurde für Hessen ein jährlicher Bedarf von mindestens 142 Millionen € für Hessen festgestellt. Viele der Angehörten haben deutlich gemacht, dass die Investitionsbedarfe in den Kommunen so groß sind, dass die vorgesehenen Mittel nicht ausreichen werden. Da hilft es auch nicht. Sie haben die Förderkatalog ausgeweitet. Aber da gibt es noch viel mehr Wünsche von den Betroffenen vor Ort, wenn man dann einfach auf deren Wünsche nicht eingeht und die Anzahl der Maßnahmen so eingrenzt, wie das in diesem Gesetzentwurf der Fall ist. Zum Schluss lasse ich Ihnen noch sagen, dass es oftmals bei den Kommunen nicht um Verbesserungen geht. Da geht es allein um den Erhalt, nicht mehr und nicht weniger. Dieses Gesetz ist notwendig. Es ist aber kein großer Wurf, wenn es um Investitionen und Strategien im Mobilitätsbereich für die Kommunen geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Frankenberger. – Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sind das jetzt Landesmittel oder sind es Bundesmittel? Vielleicht sagt man es so, es waren einmal Bundesmittel. Der Bund überträgt jetzt die Verantwortung auf die Länder. Es sind heute Landesmittel. Die 500 Millionen € kann das Land, solange es investiert, so ziemlich für alles ausgeben. Es sind Investitionsausgaben, konsumtive Ausgaben. Okay, wenn Sie sagen, es sind auch konsumtive Ausgaben. Herr Staatsminister, darüber will ich gar nicht mit Ihnen streiten. Aber insofern kann man heute sagen, es sind jetzt Landesmittel, und es liegt jetzt in der Verantwortung dieses Hessischen Landtags, wofür dieses Geld ausgegeben wird. Frau Kollegin Müller, es stimmt, es ist ein breiter Strauß. Herr Strauß ist auch noch ein bisschen breiter geworden, als er ursprünglich einmal war. Das macht das auch ein bisschen das Problem. Wenn ich etwas kritisieren wollen würde, dann sage ich, mehr Fördertatbestände geschaffen, aber nicht mehr Geld wirklich dazugetan. Das heißt, für die einzelnen Bereiche werden weniger Mittel zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, das ist ein grundsätzliches Problem, das sich tatsächlich nur lösen lässt, erst einmal entweder, wenn wir aus anderen Bereichen Geld dazu tun oder, wie angesprochen, der Bund mehr in die Verantwortung genommen wird. Im Rahmen der Föderalismusreform und der Entflechtung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern geht die Förderung der kommunalen Verkehrswege denn nun auf die Länder über. Meine Damen und Herren, auch wenn der Bund im Bereich der Großinvestition für ÖPNV-Schienenprojekte noch längere Mittel zur Verfügung stellen wird, nimmt die Verantwortung des Landes für den Zustand der kommunalen Straßen und des ÖPNV mit dem Mobilitätsfördergesetz dahingehend zu. Wenn der Bund auch an Teilbereichen noch drin ist, jetzt ist es wirklich Aufgabe des Landes. Wenn das Land nun für die kommunalen Verkehrswege zuständig ist, was wäre dann logischerweise die erste Aufgabe? Natürlich die Feststellung des Bedarfs. In der Anhörung haben wir von verschiedenen Seiten gehört, dass die im Gesetz vorgesehenen mindestens 100 Millionen € jährlich nicht ausreichen. Wie hoch der tatsächliche Bedarf aber ist, wie der Sanierungsstau im Bereich der kommunalen Straßen aussieht, konnte uns bis heute niemand genau beziffern. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass das Land 100 Millionen € zur Verfügung stellt. Die kommunale Familie spricht von 140 oder 150 Millionen €. Aber niemand weiß, wie viel Geld es eigentlich nötig wäre, um die Verkehrswege und den ÖPNV ausreichend zu finanzieren. Leider hat die Landesregierung die Chance nicht genutzt, im Rahmen des Mobilitätsfördergesetzes eine saubere, fachlich fundierte Bedarfsanalyse auf den Weg zu bringen. Wir wollen eine Bedarfsanalyse, die sicherstellt, dass die Bedarfe in Hessen nach den gleichen Kriterien ermitteln und alle Gemeinden fair behandeln. In der Anhörung kam häufig der Vorschlag, eine Dynamisierung der Mittel an die Anlehnung der 1,8 % festzuschreiben, die wir aus dem Bund kennen. Meine Damen und Herren, das hat aber mit dem Straßenbau und den Investitionen in Verkehrswege nur wenig zu tun. Auch wir wollen eine regelmäßige Anpassung der Mittel, aber die Anpassung muss am Bedarf und an der Entwicklung der Investitionskosten angelegt sein. Die weglaufenden Investitionskosten sind hier auch schon angesprochen worden. Meine Damen und Herren, dazu kommt eben auch die Erweiterung der Fördermöglichkeiten. Deswegen schlagen wir vor die Einsetzung einer Expertenkommission für Verkehrswege in Hessen. Diese Kommission soll nach unseren Vorstellungen bestehend aus dem Land, den Kommunen, den Verkehrsgesellschaften und den Vertretern entstehen und sachlich fundiert den realen Finanzmittelbedarf der Kommunen und der Verkehrsbetriebe ermitteln. Es wäre außerdem sinnvoll, das Know-how einer solchen Expertenkommission zu nutzen, um die Bedarfsplanung und den Abbau des Sanierungsstaus im Bereich der Landstraßen zu begleiten. Allein bei den Landstraßen haben wir einen Sanierungsstau von 1,3 Milliarden €. Mit der Expertenkommission würden wir die Instrumente der Förderung auf eine neue Stufe bringen und den Kommunen Hilfestellungen bei der Bedarfsplanung geben. Der zweite wichtige Punkt für uns ist die Frage, wie die Mittel an die Kommunen und die Verkehrsbetriebe ausgereicht werden. In der Anhörung hat der Landkreistag eine unbürokratische Pauschalisierung angeregt. Bisher mussten die Fördermittelberechtigten sehr aufwändige Antrags- und Abrechnungsverfahren durchlaufen. Solch eine Pauschalisierung wäre eine echte Bürokratieerleichterung. Wertvolle Arbeitszeiten der Baufachleute in den Rathäusern würde besser genutzt werden können, weil sie in Hand des Förderhandbuches von Hessen Mobil jede einzelne Maßnahme beantragen müssen. Das muss ich Ihnen alles nicht erklären, wenn Sie das schon einmal miterlebt haben. Diese Pauschalisierung wäre sicherlich auch eine Blaupause für andere Maßnahmen im Verhältnis zu Land und Kommunen. Meine Damen und Herren, eine einfache unbürokratische Förderung ist für uns die Forderung, die wir aus der Anhörung aufgreifen und am Ende auch eine Expertenkommission, die fortschreibt, welchen Bedarf wir tatsächlich haben. Frau Müller, ich habe gelesen, dass auch dieses Gesetz entfristet werden soll. Wir haben jetzt sehr viele Gesetzesvorhaben der Landesregierung, die keine Befristung mehr haben. Ob das immer so klug ist, möchte ich wirklich infrage stellen. Ich weiß, dass die FDP sich seinerzeit einmal mit dem Gesetzes-TÜV durchgesetzt hat. Wir haben selbst erkannt, dass das nicht bei jedem Gesetz unbedingt so schlau ist. Ob das unbedingt jetzt hier dazu dient, um zu sagen, dass die kommunalen Verkehrsträger und ÖPNV-Träger unbedingt mehr Planungssicherheit haben, nur weil das Gesetz nicht befristet ist, stellt aber die Frage doch in den Raum, wirken denn die Maßnahmen? Der Blumenstrauß, den Sie eben beschrieben haben, ist das an dieser Stelle immer richtig? Wenn wir wirklich technologisch offen bleiben wollen, und ich finde das auch interessant, aus der Anhörung hat sich zum Beispiel die Frage, welche Rolle können Brennstoffzellen im ÖPNV spielen, darauf haben Sie auch reagiert. Das ist alles sehr positiv. Aber wir wissen heute nicht, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Deswegen wäre mein Vorschlag, es ist wirklich zu überdenken, ob man solch ein Gesetz tatsächlich unbefristet lassen sollte, oder ob man nicht mit einer großzügenden Befristung von mir aus sieben Jahren trotzdem dem Gesetzgeber das automatisch wieder vorlegt, um es zu evaluieren und zu überprüfen, waren die Maßnahmen und die Fördertatbestände tatsächlich noch richtig. Meine Damen und Herren, das sind alles für uns Argumente, warum wir uns dann dazu entschlossen haben, weil wir die Auffassung sind, auch wir wollen die Festschreibung, die Planungssicherheit der Regionalisierungsmittel für den ÖPNV und für den kommunalen Straßenbau. Aber wir werden uns deswegen der Stimme enthalten, weil es für uns ein paar Punkte gibt, wo wir sagen, da hätten wir uns einen anderen Vorschlag gerne gewünscht. Deswegen heißt es aber noch lange nicht, dass es im Grundsatz falsch ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. – Das Wort hat Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz ist vielfach angesprochen worden. Es ist natürlich überfällig, weil die Entflechtungsmittel auslaufen und die Kommunen natürlich eine Planungssicherheit brauchen. Es geht hier um Verkehrsvorhaben, die langfristig geplant werden müssen, wo es um enorme finanzielle Dimensionen geht. Deshalb hat es dieses Gesetz natürlich gebraucht. Frau Müller hat das eben schon proaktiv angesprochen und meinen Beitrag damit antizipiert. Natürlich ist es so. Wenn man dieses Gesetz einfach einbringt, ist das okay. Aber dass sich die schwarz-grüne Landesregierung oder die Koalitionsfraktionen jetzt damit rühmen, dass sie Vereinbarungen einhalten. Ich sage einmal so, wenn man die Landesregierung schon dafür loben muss, dass sie Vereinbarungen mit dem Bund einhält, dann sind wir doch an einer ganz schön schwierigen Stelle schon. Es ist doch klar, die Bundesmittel fallen weg. Das Land wird zuständig. Das ist doch alles so vereinbart. Frau Müller, das erhält ab 2020 in gleicher Höhe über die Umsatzsteuer zusätzlich die Mittel vom Bund. Natürlich sind das dann am Ende Landesmittel. Aber es ist doch klar, dass das rechte Tasche und linke Tasche sind, und es eine Vereinbarung gab. Ich glaube, wir müssen das auch nicht weiter diskutieren. Das Entscheidendere ist doch, dass der Status quo beibehalten wird. Es ändert sich doch nichts. Sie nehmen eben nicht zusätzlich Geld in die Hand. Sie legen nicht etwas drauf, sondern der Status quo bleibt faktisch der gleiche. Das ist doch auch in der Anhörung deutlich gemacht worden. In der Anhörung haben mehrere Anzuhörende darauf hingewiesen, dass das Geld, um das es jetzt geht, überhaupt nicht ausreicht, um wirklich etwas zu verändern im Verkehrsbereich, um wirklich große Investitionen zu stemmen. Das ist, was wir an diesem Gesetz kritisieren. Wir reden über Verkehrswende. Wir reden darüber, dass es notwendig wäre, dass Busse und Bahnen nicht aus allen Nähten platzen, wenn wir über Ballungsgebiete reden, und wir reden darüber, dass der ländliche Raum nicht abgehängt werden darf. Wer das möchte, der muss aber wirklich Geld drauflegen. Der darf doch nicht einfach den Status quo beibehalten, wenn wir sagen, wir wollen eine Verkehrswende. Meine Damen und Herren, dann war natürlich auch die Frage, ob man jetzt wirklich diese Fifty-Fifty-Aufteilung macht, wie Sie das jetzt festgeschrieben haben. Auch daran gab es Zweifel, ob das so klug ist, das so zu machen. Das muss man jetzt im Detail nicht mehr alles diskutieren. Von daher haben Sie die Chance nicht genutzt, mit diesem Gesetz wirklich die Mobilität in Hessen zu verbessern, sondern Sie behalten den Status quo, den wir jetzt haben, bei. Da schaffen Sie Planungssicherheit. Das stimmt. Über das Jahr 2020 wissen die Kommunen, dass sie das Geld weiterbekommen, was sie bisher hatten. Das wissen die Kommunen, aber sie behalten den Status quo bei. Das kann man so machen, aber da muss man sich nicht noch dafür feiern lassen. Deswegen finde ich, dass das Gesetz besser als nichts ist. Es ist besser, dass es da ist, als wenn es nicht da wäre. Dann wäre völlig unklar, was das Jahr 2020 ist. Aber es ist eben auch kein großer Wurf. Deshalb kommen wir zu dem Punkt, dass wir uns an dem Punkt enthalten, weil wir uns gewünscht hätten, dass in diesem Gesetz eine ganze Menge mehr drinsteht. Das könnte ich jetzt alles noch einmal in zehn Minuten, solange die Redezeit ausführen. Aber an der Stelle bin ich der Meinung, dreieinhalb Minuten reichen auch. Das erhöht bei mir die Hoffnung, dass ich Teile meines Geburtstags noch außerhalb des Plenarsalts verbringen kann. Von daher glaube ich, alles Notwendige ist gesagt, und wir werden uns enthalten. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Kollege Uli Kaspar, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin Wissler, von mir auch herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Ich hätte übrigens auch gar nichts dagegen gehabt, wenn Sie schon vor der Rede gegangen wären. Insofern habe ich Verständnis dafür, dass Sie Ihren Geburtstag zu Hause verbringen wollen. Herr Kollege Uli Kaspar hat das nicht so gemeint. Ja, ja. Er meint eigentlich gut mit Ihnen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, ja. Der meint eigentlich gut mit Ihnen. Wir haben im Ausschuss darüber gesprochen. Es ist ein gutes Gesetz. Wenn die Opposition sagt, es sei überfällig, dann sagt sie damit selbst, es sei ein notwendiges Gesetz. Wenn man nichts kritisieren kann, dann kann man immer noch sagen, es kommt zu spät. Ich weiß nicht, warum es zu spät kommt, denn das gilt erst für die Zukunft, für 2019 und später. Es ist so, dass die Kommunen immer wussten, dass das Land Hessen zuverlässig an der Seite der Kommunen steht und deswegen sicherstellt, dass die Finanzen den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Herr Kollege Frankenberger, ich finde das natürlich nicht sehr konsequent, wenn Sie in dem vorherigen Punkt noch den Kommunen das Recht nehmen wollten, ihre Straßen zu finanzieren. Jetzt tun Sie so, als hätten die Kommunen viel zu wenig Geld und als müsse man von anderer Stelle das Geld holen. Entweder geht es Ihnen darum, dass die Infrastruktur den Kommunen ausgebaut werden kann. Dann muss man den Kommunen auch die Möglichkeit geben, dafür die notwendigen Gelder zu erheben. Das Ganze soll eher unter Wahlkampfgesichtspunkten gemacht werden. Dann kann man natürlich immer sagen, ihr Bürger mögt es nichts bezahlen. Dafür sind wir als SPD und auf der anderen Seite sagen, das Land soll mehr Geld ausgeben für die Straßen. Wer sonst außer den Bürgern gibt denn dem Land das Geld? Insoweit wird das auch von den Bürgern genommen. Sie glauben, die Bürger würden das nicht durchschauen? Ich glaube, so einfach kann man sich das nicht machen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD bei Abgeordneten der SPD sowie mitgebracht werden. All das, was dazu beiträgt, dass in den Kommunen sichergestellt wird, dass die Verkehrsinfrastruktur in der hohen Qualität, wie wir sie heute in Hessen haben, aufrechterhalten werden kann. Ich bin der Landesregierung dafür dankbar, dass sie diesen Gesetzentwurf eingebracht haben. Herr Minister, Herr Staatssekretär, geben Sie den Dank bitte auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Hauses weiter, die sich hier sehr viele Gedanken gemacht haben, wie man sicherstellen kann, dass die Kommunen in Hessen auch in Zukunft hinsichtlich ihrer Verkehrsprojekte gut ausgestattet sind. Meine Damen und Herren, wir haben eine Anhörung gehabt. Wie sich das für ordentliche Parlamentsarbeit gehört, haben wir natürlich die Angehörigen und Anzuhörenden... Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Es ist ja schön, dass Sie sich freuen können, wenn ein Redner einmal ein Versprechen hat. Das ist nun einmal so. Wir wissen aber alle, es geht um die Anzuhörenden. Die Anzuhörenden haben wir natürlich sehr ernst genommen mit ihren Anliegen. Unter anderem wurde eben hier erwähnt, dass wir uns bei der Förderung für Bussen technologieoffener aufstellen müssen. Das ist dann durch den Änderungsantrag mit aufgenommen worden. Sie sehen daran, dass wir auch diese Dinge aufgenommen haben, die sinnvoll sind, um den öffentlichen Personennahverkehr klimafreundlicher in Hessen fahren zu lassen. Auch das ist, glaube ich, erfolgreich in diesen Gesetzentwurf eingearbeitet worden. Insoweit meine ich, dass es ein Gesetzentwurf ist, dem eigentlich alle hier im Haus zustimmen können. Ob Sie das machen, werden wir gleich in der Abstimmung sehen. Aber wir sind jedenfalls davon überzeugt, und das haben wir auch seitens der Kommunen als Rückkopplung bekommen, dass das ein sehr guter Entwurf ist, der den Kommunen massiv hilft, die Infrastruktur weiter im Verkehrsbereich in einer guten Verfassung zu halten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Caspar. Auf der Tribüne begrüße ich unseren langjährigen Landtagskollegen, früheren Staatsminister Willi Göllach. Herzlich willkommen, lieber Willi. Wir freuen uns, dass du hier bist. Jetzt hat der Wirtschaftsminister Al-Wazir Tarek das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in Hessen in dieser Legislaturperiode die Weichen für die Verkehrswende hin zu einer nachhaltigen Mobilität gestellt. Wir haben den ÖPNV gestärkt mit deutlich mehr Geld für die Verkehrsverbünde. Wir haben neue Angebote eingeführt, wie beispielsweise das Schülerticket. Wir haben Fernbahnprojekte angestoßen und begleiten sie, beziehungsweise wieder in Bewegung gebracht, wie beispielsweise Frankfurt-Mannheim oder Hanau-Fulda. Wir kümmern uns um den Zustand des Landesstraßennetzes, Stichwort Sanierungsoffensive. Wir kümmern uns um die Radfahrer und Fußgänger, zum Beispiel Radwege an Landesstraßen oder die AG Nahmobilität. Das Mobilitätsfördergesetz, das wir heute beschließen, ist ein weiterer Baustein für diesen Weg hin zu nachhaltiger Mobilität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, 76 % der zurückgelegten Wege sind kürzer als 10 km. 27 % sind sogar kürzer als 1 km. Ob die Verkehrswende gelingt, hängt deshalb entscheidend davon ab, wie wir die kurzen Wege gestalten. Ein großer Teil dieser kurzen Wege wird dabei innerorts zurückgelegt. Deshalb unterstützen wir mit dem Mobilitätsfördergesetz die Städte und Gemeinden bei einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik. Die Entflechtungsmittel des Bundes, das ist erwähnt worden, laufen Ende des Jahres 2019 aus. Ich finde, an diesem Punkt macht es auch Sinn, dieses neue Gesetz zu entfristen, weil wir wissen, dass Planungen im Bereich Verkehr durchaus sehr langfristig sind. Deswegen ist klar, dass ein nicht befristetes Gesetz, was die Mindestsumme von 100 Millionen € festlegt, den Kommunen auch Planungssicherheit gibt. Ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, wir ersetzen diese wegfallenden Entflechtungsmittel des Bundes aus eigener Tasche. Wir verstärken die Förderung auf dauerhafter Basis und richten sie auf nachhaltige Mobilität aus. Ich finde, Stichwort Selbstverständlichkeit, was hier genannt wird, Kollegin Wissler auch von meiner Seite aus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So selbstverständlich ist das nicht, dass, wenn man entflechtet und am Ende Aufgaben, die bisher geteilt waren, den Ländern gibt, die Mittel für diese Bereiche einsetzen. Ich könnte Ihnen jetzt etliche Beispiele nennen. Nehmen wir beispielsweise den sozialen Wohnungsbau. Das trifft nicht auf Hessen zu, aber auf ziemlich viele andere Bundesländer, wo es auch so etwas wie eine Verabredung gab. Ihr seid in Zukunft dafür zuständig. Ihr bekommt Umsatzsteuerpunkte. Macht es, die es eben genau nicht gemacht haben, sondern das Geld für andere Zwecke ausgegeben haben. Wir machen mit diesem Gesetz etwas, was richtig ist. Wir binden nämlich die Mindestsumme von 100 Millionen € für investive Zwecke im Verkehrsbereich der Kommunen. Das ist ausdrücklich richtig so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich erinnere Sie einmal daran. Sie können einmal Ihre eigenen Presseerklärungen nachlesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es von der Linksfraktion eine gibt. Bei der SPD weiß ich sogar ziemlich genau, dass es da eine gibt, was Sie am Tag nach der Einigung über die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen so gesagt haben. Da wurden viele Wünsche geäußert, was man jetzt mit dem angeblichen Geldsegen, der auf die Länder niedergeht, so alles macht. Dabei wurde vergessen, dass im Gegenzug die Entflechtungsmittel auf Dauer wegfallen. Wenn Sie sich einmal betrachten, es gibt Regelungen, Modellrechnungen zum damaligen Zeitpunkt, dass Hessen ungefähr ein Plus von 550 Millionen € hat durch die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs der Bund-Länder-Finanzen. Dann kann ich Ihnen sagen, schauen Sie sich einmal an die 440 Millionen € für die Beitragsfreistellung der Kindergärten und die 100 Millionen €, die wir jetzt hier investiv binden. Dann werden Sie feststellen, damit ist das Geld auch schon weg. Ich finde, für Verkehrspolitiker, die langfristig denken, ist es sehr wichtig, dass wir an dieser Stelle natürlich hätte man das auch im Haushalt machen können. Andere Bundesländer machen das auch im Haushalt. Aber wir haben jetzt hier ein Gesetz, wo man nicht einmal eben eine Unterzeile in der Haushaltsberatung ändern kann und das Geld für etwas anderes ausgeben kann, sondern wo wir die investive Bindung dieser Mittel der Mindestsumme von 100 Millionen € gesetzlich festschreiben. Das heißt, jede Veränderung an diesem Gesetz, um es für etwas anderes auszugeben, wäre wieder ein Gesetz mit allem, was dazugehört, was deutlich komplizierter ist, als einmal eben im Haushalt zwischen zweiter und dritter Lesung irgendeine Zeile im Einzelplan 07 zu ändern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist es eine gute Nachricht für die langfristige Planungssicherheit der Kommunen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Was wir auch festschreiben, ist die hälftige Verteilung der erhöhten Fördermittel zwischen den Projekten des kommunalen Straßenbaus und des öffentlichen Personennahverkehrs. Ich will das an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Auch dort haben die Bürgerinnen und Bürger eine ausdrückliche Meinung, die sagt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie haben den Hessentrend gesehen, Anfang Januar, repräsentative Umfrage von Infratest, offene Frage an die Bürgerinnen und Bürger, in welchen Verkehrsbereich würden sie zuerst investieren, wenn sie es alleine entscheiden können. 56 % sind Busse und Bahnen, 30 % sind das Straßennetz, 10 % sind den Radverkehr. Niemand soll jetzt glauben, wir müssten den Radverkehr nicht mehr fördern, weil in Anführungszeichen nur 10 % ihn als Erste nennen. Nein, wir machen alles, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es zeigt, dass diese hälftige Festlegung – – – Nein, wir machen alles, lieber Herr Kollege Wilken, genau mit diesem Gesetz fördern wir den kommunalen Straßenbau und auch den Rad- und Fußwegebau in den Gemeinden. Ich glaube, dass das genau das ist, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Was auch klar ist, will ich ausdrücklich sagen, dass wir neue Schwerpunkte gesetzt haben. Die Herausforderung der nächsten Jahrzehnte wird auch der Erhalt der bestehenden kommunalen Schienennetze sein. Da haben wir in den Anhörungen sehr genau hingehört. Wir werden in enger Abstimmung mit den betroffenen Kommunen in der nun zu erarbeitenden Richtlinie zum Gesetz die Möglichkeiten einer Unterstützung durch das Land aufzeigen. Ob es nun die roten neuen S-Bahn-Züge der DB sind oder die gelben Triebfahrzeuge der Hessischen Landesbahn oder auch der grün lackierte elektrisch angetriebene Stadtbus in Fulda. Ich glaube, an dieser Stelle ist es nötig, in alle diese Bereiche zu investieren. Wir verbessern auch das Radwegenetz, sowohl die touristischen Radwege im eher ländlichen Raum als auch die Radwege für den Alltagsverkehr mit verstärktem Bedarf im Ballungsraum. Ich will an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, was da alles an Notwendigkeiten vor uns liegt. Wir haben beispielsweise im Sommer 2018 vor, bis Ende 2019 in Hessen den sogenannten Iron Curtain Trail zu beschildern, der sich entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs bewegt, der gerade zwischen Hessen und Thüringen eine brutale Trennung bewirkt hat. Auf nationaler Ebene werden beim Radweg Deutsche Einheit in Hessen die ersten Radstationen installiert werden. Der Radweg Deutsche Einheit geht von Bonn nach Berlin. Der größte Teil, nämlich 375 km, verläuft durch Essen. Wir unterstützen die Kommunen an dieser Stelle bei der Finanzierung der Radstationen, übernehmen die Beschilderung. Wir wollen natürlich auch den Radverkehr im Alltag attraktiver machen. Wir unterstützen deshalb die Kommunen beim Bau der notwendigen Infrastruktur. Wir machen eine Förderung insbesondere zur Markteinführung von energieeffizienten und klimafreundlichen Taxen, Bussen und Bahnen möglich. Herr Frankenberger, Sie haben angesprochen, dass es keine Förderung mehr gibt für Neufahrzeuge, die sozusagen nichts Innovatives sind, sondern einfach nur eine Ersatzbeschaffung. Darüber haben wir auch lange diskutiert. Aber da gilt dann halt, wer allen alles verspricht, der kann am Ende nicht mehr das Innovative fördern. Ich finde, dass, wenn es um Ersatzbeschaffung geht, dass dann von Bussen und Bahnen zu einem kommunalen Verkehrsbetrieb, die lange Abschreibungsfristen haben, auch die Rückstellung gehört, damit man, wenn man weiß, dass das irgendwann an sein Lebensende kommt, auch das neue dann selbst finanzieren kann. Das gehört zu einer seriösen Finanzierung dazu. Aber Sie haben es angesprochen, dass Innovative, was deutlich mehr kostet noch, wie beispielsweise die E-Busse, die fördern wir ausdrücklich, weil wir da die Kommunen unterstützen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen auch die Parksituation und den Innenstädten und dicht bebauten Ortskernen entlasten, Förderung moderner Angebote, Carsharing, Leihfahrradstationen und Ähnliches inklusive der IT-Systeme, um die unterschiedlichen Verkehrsträger miteinander zu... Herr Minister, Sie denken an die Redezeit? Ich denke an die Redezeit, Herr Präsident, und komme zum Schluss. Wir alle wollen und müssen mobil sein. Wir fördern die Mobilität der Zukunft. Wir setzen dabei eigene Akzente und passen die Förderung der Verkehrsinfrastruktur an heutige Erfordernisse an. Ich sage ausdrücklich, das ist mein letzter Satz, es stehen mindestens 100 Millionen € im Gesetz. Der Haushaltsgesetzgeber, also der Landtag, ist frei, wenn Bedarfe größer sind, auch für bestimmte Projekte mehr in den Haushalt einzustellen. Aber dass wir diese 100 Millionen € jetzt gesichert haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine gute Nachricht für zukunftsfähige Mobilität in Hessen. Vielen Dank. Herr Minister, wir sind am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Mobilitätsfördergesetz in zweiter Lesung. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Der Rest des Hauses. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung beschlossen und zum Gesetzentwurf erhoben. Endżyélgarten Zufrl.